Chicago Obama begann seine politische Karriere als Staatssenator des Chicagos 13. Bezirkvertrat. Als er zum ersten Mal gewählt wurde, 1996, umfasste der 13. Bezirk nach meinen Informationen die Viertel von Chicago Southside, südlich vom Hyde Park Kenwood bis South Shore und westlich bis Chicago Lawn. Dann will ich, denke ich, mir diese Gegend einmal aufsuchen und mir anschauen, wie es da so steht, mit Bewohnern sprechen und sehen, wie es ihnen geht. Also los. Als erstes wende ich mich an die Hotelrezeption und frage nach dem Weg. Eine junge Dame sagt mir mit einem Lächeln, dass sie diese Gegend nicht kennt. Sie bräuche eine Adresse. Ich nenne ihr nochmals die Grenzen meines Suchgebiets, doch das junge Lächeln erwidert, ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Aber ich schlage Ihnen vor, dass Sie nach Hyde Park fahren. Wenn Sie sich Chicagoer Stadtviertel anschauen wollen, empfiehlt sich Hyde Park. Ich möchte in die Gegend südlich von Hyde Park, insistiere ich. Wie möchten Sie da hinkommen? Haben Sie einen Wagen? Brauchen Sie ein Taxi? Ich möchte nicht mit dem Auto hinfahren und brauche auch kein Taxi. Ich möchte mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren. Ich möchte Menschen kennenlernen. Nehmen Sie die grüne Linie. Die grüne Linie? Ja, die grüne Linie. Diese Bahn wird Sie dorthin bringen, wo Sie hin möchten. Die grüne, nicht die rote. Warum nicht die rote? Die rote Linie ist nicht gut. Warum? Ich nehme die rote Linie nicht und ich lebe in Chicago. Warum die rote nicht? Das empfiehlt sich nicht. Warum nicht? Sie ist nicht sicher. Na schön. Dearborn war auch nicht sicher und hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Ich nehme die rote Linie. Die Bahn ist viel schmucker als die in New York und gleitet sanft voran. Eine moderne Bahn, ganz nach meinem Geschmack. Cool, neu, leistungsfähig. Könnte nicht besser sein. Ich schaue mir meine Mitreisenden an und bemerke ein Muster. An jeder Haltestelle steigen mehr Weiße aus und Schwarze ein. Das setzt sich so lange fort, bis kein Weißer mehr in der Bahn ist. Außer mir. Wo steigt man am besten aus? Frag ich einen neben mir sitzenden Mann. Wonach suchen Sie? Nach Leib und Seele der Menschen südlich von Heimpark. Sie wissen, wo Sie sind? Nein. Southside Chicago. Gut zu wissen. An welcher Haltestelle soll ich aussteigen, um Leib und Seele der Southside zu erkunden? Das bin ich. Mein Glückstag. Wo kann ich mehr Leute wie Sie erleben? Das ist ein gefährliches Pflaster, Mann. Ich liebe gefährlich. Steigen Sie an der 63. aus. Ich zeige es Ihnen. Er zeigt es mir und schlägt dann vor, dass ich einen Bus nehme, der mich tiefer in The Hood bringen wird. Mit diesem Bus fahre ich bis zur Endhaltestelle. Als ich aussteigen will, fragt mich der Fahrer ein Schwarzer, was ich hier mache. Darf ich nicht hier sein? Sie bleiben besser im Bus, bis ich zurückfahre. Das hier ist kein gutes Viertel. Nicht gut. Hier haben Sie Waffen. Hier wird geschossen. Was wollen Sie hier? Bleiben Sie in diesem Bus oder nehmen Sie eine andere Linie hier raus? Da, sagt er und zeigt auf einen abfahrbereiten Bus. Der fährt gleich. Versuchen Sie den zu kriegen. Ich will davon nichts hören. Die Menschen hier sind die Menschen, in deren Namen Obama in die Politik gegangen ist. Sie haben ihn möglich gemacht. Ich will sie sehen und ich will sehen, was er für sie getan hat. Ich steige aus dem Bus aus. Ein paar Leute gehen vorbei, die meisten schwarz. Einige Hispanics. Ich laufe in der Gegend herum. Ein Bund kommt mir in den Sinn. Hölle. Wohin ich meine Schritte auch lenke, sehe ich Armut. Geschäft um Geschäft ist verbarrikadiert, endgültig geschlossen und eindeutig aufgegeben. Sogar die Kirchen. Ich laufe hier eine ganze Weile an diesem heißesten aller Sommertage herum, starre die Armut und Trostlosigkeit an, die diese Gegend in einem nicht enden wollenden Medusenblick ausstrahlt und bin schockiert darüber, dass sie in derselben Stadt existiert wie die Magmile. Nicht einmal in der dritten Welt, habe ich einen solchen Anblick gesehen. Ich möchte schreien. Ist dies Amerika? Bin ich wirklich in Amerika? Ich bin in Obamaland. Oft offengestanden, zu oft bekomme ich persönliche E-Mails von Präsident Obama. Hier ist eine von ihnen. Tovia Anfangs hatte ich es als Organisator in Chicago Southside nicht leicht. Manchmal berief ich ein Treffen ein und niemand erschien. Aber meine Geduld und Beharrlichkeit zahm sich aus und die ersten Leute aus der Gemeinde begannen zu kommen. Bald verbrachten wir Stunden zusammen, um über die Probleme zu sprechen, die sie sahen und wie man sie am besten anpacken könnte. Je aktiver und engagierter sie wurden, desto einfacher war es, den von uns angestrebten Wandel herbeizuführen. Ich glaube, dass dieses Konzept auch heute noch Gültigkeit besitzt. Organisation ist der Grundbaustein von allem Bedeutenden, das wir erreicht haben. Wen will er eigentlich verscheißern? An einer Straßenecke sehe ich einen Hispanic. Er sitzt auf einem Stein und klammert sich an einen Gehstock. Wie heißt dieses Viertel, frage ich ihn. Ich lebe seit vielen Jahren hier und habe diese Frage nie gestellt, antwortet er. Aber wie heißt es? Ich weiß es nicht. Ein grauer Van hält neben uns. Die Fenster gehen runter und geben den Blick auf zwei Männer in kugelsicheren Westen frei. Beide sind mit Waffen und allen möglichen Kommunikationsgeräten ausgestattet. Was tun Sie hier? Woher sind Sie? Wo leben Sie? Ich wohne im Allegro Hotel in der City. Wie sind Sie von da hierher gekommen? Bahn und Bus? Sie wissen, wo Sie sind? Nicht genau, aber ich versuche, Präsident Obamas Bezug zu finden. Nicht hier. Sie müssen nach Hyde Park. Mir wurde gesagt, er ist hier. Das ist eine gefährliche Gegend, ein Schießplatz. Wer sind Sie hier nebenbei gefragt? Polizei. In einem Zivilfahrzeug? Einem unmarkierten Fahrzeug. Wir kennen diese Gegend. Bitte verlassen Sie sie. Ich bin Journalist. Sie haben Ihre Arbeit zu machen und ich meine. Wohin soll ich von hier aus gehen um... Der Polizist unterbricht mich. Nach Hause. Warum? Glauben Sie mir, Sie wollen hier nicht sein. Ist dies nicht Obamas Bezirk? Nein, das ist nicht Obamas Bezirk. Der ist viel weiter in der anderen Richtung. Ist das nicht der 13. Bezirk? Nein. Ich hole mein iPad heraus, um Ihnen meine Informationsquelle zu zeigen. Warum holen Sie Ihr iPad raus? Wollen Sie etwas ausgeraubt werden? Der andere Polizist auf dem Beifahrersitz sagt, er weiß nicht, wo er ist. Der Polizist am Lenkrad. Hören Sie, Sie gehören nicht hierher. Ich beachte seine Warnung gar nicht mehr und zeige ihm, wie angekündigt, die Info auf meinem iPad. Wenn ich mich nicht irre, sage ich zu ihm, war der 13. Bezirk 1996 anders zugeschnitten. Der Polizist ändert seine Einstellung. Das ist richtig. Sie sind jetzt in dem Bezirk, den Obama damals vertrat. Das ist richtig. Waren Sie damals schon Polizist hier? Ja. Hat sich seit damals hier irgendwas geändert? Geändert hier? Hier ändert sich nichts. Wenn überhaupt, ist alles schlimmer geworden. Nun, ich möchte mit ein paar weiteren Menschen sprechen und sehen, ob Sie recht haben. Es ist ein freies Land. Passen Sie gut auf sich auf und bitte verschwinden Sie hier so schnell wie möglich. Die Polizisten fahren weiter und ich bleibe mir selbst überlassen. Aufgegebene Geschäfte, von denen manche komplett eisern vereingegittert sind, als Geld ist die verfallene Leere im Innern vor dem Auslaufen zu bewahren, sind nach wie vor der übliche Anblick hier. Ich gehe, gehe, gehe und gehe, um einen aufgelassenen Laden nach dem anderen, einen verlassenen Gewerbebetrieb nach dem anderen zu sehen. Nur wenige Geschäfte sind noch geöffnet. Eine Geschäftsstelle der Heilsarmee, eine Tankstelle, eine Scheckeinlösestelle, Spirituosen- und Lottogeschäfte, sowie eine Reihe von Restaurants, die ich mir von innen anschaue. Überall empfangen mich Dämmerlicht, kaputte Toiletten, verdreckte Böden, zerbrochene Stühle und schmutzige Wände. Gäste in einem der Restaurants zwei. Ein angsteinflößender Anblick. Die Häuser in der Gegend hingegen sind überraschend schön. Viele von ihnen sind Privathäuser, was insgesamt den Eindruck einer guten Gegend erweckt. Doch der Schein trügt. Wie kommen bitterarme Menschen dazu, in diesen Häusern zu leben? Ein Teil dieses Viertels namens Engelwood, wie Passanten hier sagen, ist schwarz. In einem anderen Leben auch Hispanics. Alex, ein 16-jähriger Hispanic, erzählt mir, dass er sein Viertel mag, das Leben aber nicht einfach ist, denn alles Gangs hier. Wie viele Gangs gibt es? Eine Menge, eine Menge unterschiedlicher Gangs sind hier. Und sie bringen sich gegenseitig um? Ja, genau. Wie oft kommt es hier zu Gewalttaten? Jeden Sommer wird hier in der Gegend getötet. Wie viele? Und wie oft? Einmal pro Woche. Er deutet die Straße runter und fügt hinzu, gerade wurde jemand dort getötet, in der Tankstelle. Wegen was? Mitglied einer Gang, in den Kopf geschossen. Ist er tot? Ja. Wann hast du das letzte Mal Schüsse gehört? Vor zwei Tagen. Hat sich, soweit du dich erinnerst, dir irgendwas verändert in den letzten zehn Jahren? Zwei ältere Männer, beide Hispanics, hören Alex zu. Er sieht sie an, unsicher, was er antworten soll. Sagt dann aber doch, hat es? Zum Besseren oder zum Schlechteren? Er sieht die Älteren an und meint, zum Besseren. Was ist heute besser? Er antwortet nicht, als ob er Angst davor hätte, etwas Falsches zu sagen. Sei ehrlich, Alex. Ehrlich sei? Nein. Was nein? Nein, nichts hat sich geändert. Hast du Angst? Ich habe keine Angst. Gehst du abends nach draußen, so wie jetzt? Abends? Nein. Worin unterscheiden sich die Gängs? In dieser Straße gibt es zwei Gängs. In einer Gäng, da haben sie Flatterhosen und blaue Hemden. In der anderen Gäng haben sie Flatterhosen und rote Hemden. Sie wissen, so wissen sie, wer wer ist und töten sich gegenseitig. Wie ist es zwischen Hispanics und Schwarzen? Töten die sich gegenseitig? Ja, manchmal. Zwei Hispanics kommen vorbei, ein Jugendlicher und ein Zehnjähriger. Hat sich irgendwas geändert, frage ich den Älteren, seit Obama Präsident wurde. Dem Jugendlichen fällt keine Veränderung ein. Doch der Zehnjährige widerspricht. Wie ein Zehnjähriger diese Frage beantworten kann, nachdem Obama vor rund sieben Jahren zum Präsidenten gewählt wurde, ist mir ein Rätsel. Trotzdem frage ich ihn. Was ist der Unterschied? Meine Lebensmittelmarken. Eine Lebensmittelmarke ist in den USA laut Definition des Wörterbruchs Merriam-Webster ein kleines Dokument, das vom Staat an Arme ausgegeben wird und dazu genutzt werden kann, Lebensmittel zu kaufen. Ich spaziere weiter in der Gegend herum. Da sehe ich eine Frau auf der anderen Straßenseite. Sie ist alt genug, um sich an Barack Obama zu erinnern, der, als er sich das erste Mal um ein Mandat bewarb, sagte, er trete an, weil er die entrechteten Bürger ermächtigen wolle. Mit ihr sollte ich mich unterhalten. Sie heißt Cynthia, erfahre ich von ihr. Sie ist Hispanic, scheint älter, als ich zunächst dachte, und lehnt an einer schmutzigen Mauer. Ihre rechte Hand ist eingegipst. Sie rauft still eine Zigarette. In ihren Augen steht die Angst geschrieben. Zwecklos mit ihr über etwas zu sprechen, das 20 Jahre zurückliegt. Was ist mit ihrer Hand geschehen? frage ich sie. Ich kam aus einem Lebensmittelladen. Ich hatte meinen Einkauf in der Hand. und jemand kam und stieß mich, sodass ich zu Boden fiel, und sie robbte mich aus. Wurden die Räuber gefasst? Nein, sie entkam in einem Auto. Sie stahl mir 300 Dollar. Was waren das für Räuber? Hispanics? Schwarze? Schwarze. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Lady. Danke. Sie hält für ein oder zwei Minuten inne, sagt dann, zumindest bin ich noch am Leben. Es fällt schwer, sich das anzuhören, und es schmerzt, das Los der Menschen in diesem Viertel zu sehen. Ich spreche mit weiteren Bewohnern, deren Geschichten sich wiederholen. Als ich meinen Besuch in dieser Gegend beende, bin ich niedergeschlagen und verzweifelt. Mit Ausnahme des Zehnjährigen, mit seinen Lebensmittelmarken, konnte nicht einer von meinen Gesprächspartnern auch nur eine einzige Verbesserung in seinem Leben anführen, seit Barack Obama sie vor Jahren erstmals vertrat, für den sich hier so oder so niemand interessiert. Für die Bewohner des Viertels ist er einfach ein Schwarzer, ein Nigger-Brother, der es ganz nach oben geschafft hat. Mit ihnen hat es nichts zu tun. Wenn man allerdings Präsident Obama nach seinen Taten statt nach seinen Worten beurteilt, dann hat er das Elend dieser Leute zynisch ausgenutzt, um sich einen Vorsprung vor den anderen Kandidaten zu verschaffen. Die Menschen, die ihm zur Macht verholfen haben, sind ihm aber völlig egal. Der Glückliche. Er lebt nicht hier. Ich gehe zur nächsten Bushaltestelle und warte auf einen Bus, der mich aus dem Viertel herausbringt. Wie ein Aufkleber hier verkündet, findet morgen ein Marsch zur Beendigung der Vergewaltigungskultur statt. Nach wenigen langen Momenten des Wartens kommt der Bus. Hoffentlich bringt er mich an einen besseren Ort. Einige Haltestellen später fragt mich eine reizende, freundliche und hinreißend aussehende, schwarze Teenagerin, ob ich Hilfe bräuchte. Sie ist es nicht gewohnt, Weiße in diesem Bus zu sehen und fragt sie, von welchem Planeten ich wohl komme. Ich sage ihr, dass ich hier bin, weil ich ein paar Dinge über Präsident Obama überprüfen wollte. Sie haben das Haus des Präsidenten besucht, fragt sie. Haus des Präsidenten, was ist das? Sie kennen es nicht? Nein. Was machen Sie denn hier? Ich war gerade ein paar Stunden in Engelwood. Sie? Ja, wo ist das Problem? Sie waren in Engelwood? Ich wollte Menschen treffen. In Engelwood? Ja, ich bin aus Engelwood. Ich hasse Engelwood. Es ist ein gefährliches Viertel. Sie sind nicht zum Haus des Präsidenten gegangen? Was ist das Haus des Präsidenten? Wo ist es? Sie wollen hin? Nehmen Sie Bus 15. Nun, ich brauche ein Weilchen, aber langsam dämmert es mir. Präsident Obama hat ein Haus in Chicago, in dem er lebte, bevor er nach DC zog. Das Haus steht in Chicagos historischen Bezirk Hyde Park-Kenwood. Dieser befindet sich irgendwo im Nirgendwo und wird von der Buslinie 15 bedient. Die nehme ich. Ich steige aus, wo der Fahrer es mir sagt und gehe zu Präsident Obamas Chicaguer Wohnsitz. Er ist nicht da. Die Geheimdienstagenten aber sind es. Um das Haus besser schützen zu können, haben sie die Straße abgeregelt, in der es liegt. Die einzige Möglichkeit, das Haus oder vielmehr einen Teil davon zu sehen, insofern es von vielen Bäumen umgeben ist, besteht darin, es von der anderen Seite des East Hyde Park-Boulevard aus in Augenschein zu nehmen, der senkrecht zu der gesperrten Straße verläuft. Das ist eine wohlhabende Gegend mit prächtigen Stadthäusern. Dies ist nicht Engelroth. Hier wird man nicht auf offener Straße ausgeraubt. Die Diskrepanz zwischen dem vermeintlichen Beschützer der Armen und den Armen selbst könnte größer nicht sein. Wie auch immer, ich will mehr von dem Haus sehen und überlege, wie ich den Geheimdienst austricksen könnte. Ich versuche mit einem der Agenten zu plaudern, aber das führt zu nichts. Was mir jedoch auffällt, ist ein enormes Gebäude direkt gegenüber dem Haus des Präsidenten und ich grüble nun, wie ich da wohl hineingelangen kann. Beim Näherkommen sehe ich hebräische Wörter am Eingang. Was für eine Einrichtung ist das? Tja, eine Synagoge namens Kam Isaiah Israel. Halleluja! Ich muss nur an irgendeinem Gottesdienst teilnehmen und kann prompt das Präsidentenhaus von der Synagoge aus betrachten. Deren Türen sind jetzt verschlossen. Ich schaue nach den Gottesdienstzeiten und stelle fest, dass die letzte Veranstaltung hier hier heute Morgen um 10 stattgefunden hat. Also schon vor etlichen Stunden. Der Titel der letzten Veranstaltung für heute lautet, wenn Sie es interessiert, Yoga. Was hat Yoga mit einer Synagoge zu tun? Ich kehre dagegen von Obama und Yoga den Rücken und überlege, was ich als nächstes tue. Vielleicht schießt es mir durch den Kopf, sollte ich mir eine Synagoge suchen, die Pilates und Poledance unterrichtet. Wäre doch ein hübscher Anblick einer koscheren Jüdin beim Stangentanz vor einer Gemeinde zuzuschauen, die sich mit gefühlter Fisch vollstopft. Ich recherchiere ein bisschen im Internet und mache eine interessante Entdeckung. Rahm Emanuels Synagoge. Ja. Das war Chicago. Jetzt kommt etwas später in dem Buch. Louisiana. In Louisiana mache ich erst einmal Rast in einem kleinen Restaurant. Ich hoffe, dass Louisiana mich zu Amerikas Ehrenrettung kulinarisch positiv überraschen wird. In Louisiana haben mir viele gesagt, verstehen die Menschen zu genießen und können gut kochen. Die Kellnerin kommt an meinen Tisch und spricht mich an. Oh Herr aller Herren, ich habe keinen blassen Schimmer, was sie gesagt hat. Es gibt viele Akzente in den USA und ich dachte, ich verstünde sie alle. Damit lag ich aber sowas von daneben. Ich versuche ein Gespräch anzuknüpfen, nur um mein Ohr an diesen neuen Akzent zu gewöhnen. Was ist das Beste an Louisiana? frage ich die Bedienung. Wie Boars. Boars. Viele Boars. Das ist alles, was sie hier haben? Boars? Langweiler? Jetzt hat sie keinen Schimmer, wovon ich spreche. Nach einer kleinen Weile der schieren Verwirrung und Amüsiertheit habe ich den Akzent endlich enträtselt. Bars, hat sie gesagt. Nicht Boars. Nach weiteren zehn Minuten verstehen wir uns mühelos. Bars. Vor dem Fenster hängt ein großes Jesus-Schild. Ich habe auf dieser Reise mehr Jesus-Schilder gesehen, als ich zählen kann oder möchte. Aber dieses hier ist anders. Da steht Jesus. Es gibt Kraft, wenn du nur seinen Namen sagst. Danke, Jesus. Das Essen kommt. Es ist frittiert. Köstlich. Danke, Jesus. Jemand in diesem Land weiß, wie man gut kocht. Halleluja. Unter den gänzlich akzentfreien heutigen Schlagzeilen der amerikanischen Medien lese ich Folgendes. Washington Post. Palästinensische Demonstranten setzen im Westjordanland jüdischen heiligen Schrein in Brand. Fox News. Wie man einen Juden ersticht. Palästinenser-Führer für Gewalt verurteilt. Können sich die amerikanischen Medien denn nicht mit anderen Themen beschäftigen? Roten Zonen etwa? Und mit anderen Personen? Etwa Mad Dog? Ich bin in Louisiana, wo es rund 15 Grad kühler ist als in Texas. Ich liebe Louisiana. Und fahre weiter. Irgendwo unterwegs, ich glaube, der Ort heißt Pierre Part, sehe ich Menschen in Bootshäusern und halte an. Ich stelle einem dieser Bootshäuser einen Besuch ab. Die Eigentümerin Pam sitzt mit zwei Frauen, die sie zu Gast hat, auf ihrer Veranda. Mein Mann hat heute Morgen einen Hirsch erlegt. Er war auf der Hirschjagd. Wir frieren die Jagdbeute ein und zerlegen sie dann, erzählt sie. Ist der Hirsch schon in der Gefriertruhe? Nein, er holt ihn gerade. Er ist wieder auf Jagd diesen Nachmittag, um noch einen zu erlegen. Wir tun ihn in die Tiefkühltruhe und dann haben wir unser Fleisch fürs Jahr. Would you all like some coffee? Würden wir. Im Norden sagen sie, you guys. Im Süden, you all. Sind sie eine stolze Amerikanerin, frage ich Pam, während ich an ihrem amerikanischen Kaffee nippe. Sehr stolz. Für den Labor Day hatten wir ein paar verwundete Kämpfer eingeladen. Manche ohne Beine. Sie wissen schon, dieses ferne, faulige Land. Irak? Afrika, Afghanistan und all das, wissen sie. Und sie kamen hier runter und mein Mann nahm sie mit auf eine Sumpfboottour. Sie waren einfach. Und bevor sie wieder abreisten, gaben sie meinem Mann ein Purple Heart. Das verwundeten Abzeichen. Jawohl. Ich meine, es war traurig, aber ich war so glücklich, dass ich diese Leute kennengelernt habe. Was haben die Ihnen über Afghanistan erzählt? Sie haben uns alles Mögliche erzählt. Was? Och, er wurde verwundet. Ihm hat es ein Bein weggeblasen. Er war aber so besorgt um seinen Freund, den er bluten sah, dass er zu ihm hingekrochen ist. Einfach versuchte, sein Leben zu retten. Ich meine, sie erzählten uns... Hat er Ihnen erklärt, warum Amerika in Afghanistan kämpft? Nein. Wissen Sie, warum Amerika in Afghanistan kämpft? Nein. Weil es sieht aus, als bringt's nix. Sie kämpfen einfach um Kämpfen und kämpfen immer weiter. Hat er Ihnen erzählt, was los ist in Afghanistan, weshalb Amerika nach Afghanistan gegangen ist. Es gibt gewisse Dinge, über die Sie sprechen wollen und es gibt Dinge, über die Sie nicht sprechen wollen. Sie haben Ihnen kein Wort gesagt, warum? Nein. Wissen Sie, warum? Nein, ich habe keine Ahnung nicht, warum Sie kämpfen. Aber Sie verteidigen sie. Ich verteidige meine Truppen, ja klar. Sie überlegt einen Moment, wie sie einem Fremden ihre Gefühle am besten erklären soll und sagt dann, mein Onkel, der war in Korea. Haben Sie für Obama gestimmt? Nein, und ich stimme nicht für Obama. Sind Sie republikanisch? Ich bin demokratisch. Aber ich mag ihn nicht. Warum nicht? Weil ich ihn verachte. Mögen Sie keine Schwarzen? Boah, ich habe nichts gegen Schwarze, überhaupt nicht. Pams Freundinnen trinken Kaffee und erklären mir, warum Amerika in den Krieg gegen den Irak gezogen ist. Der Grund? Die Iraker kamen ins Land und jagten die Twin Towers in New York in die Luft. Ich sage Ihnen, dass das nicht Iraker, sondern Saudis waren, aber Sie verstehen nicht, wieso es darauf ankommt. Saudis, Iraker, was macht das schon für einen Unterschied? Alles dieselbe, Mischboke. Die eine der Damen hat 13 bis 20 Schießeisen bei sich zu Hause, die andere 30. Warum auch nicht? Wenn man sich mehr als eine Waffe leisten kann, warum nicht 30? Was ich hier sehe, ist kein allzu vertrauter Anblick. Amerikaner, die gesellig miteinander sind. Soweit ich mitbekommen habe, ist dies eher selten der Fall. Schwarze und Hispanics pflegen einen geselligeren Umgang miteinander, selbst in den schwarzen Vierteln zwischen zwei Schießereien. Die Weißen aber sind normalerweise mit sich selbst beschäftigt, freunden sich mit ihren Fernsehern an und pflegen Umgang mit ihren Autos. Es tut gut, diese Ausnahme zu erleben. Als ich sie verlasse, denke ich an Robin. Sie verteidigt nicht ihre Truppen. Sie verteidigt die Gerechtigkeit. Ja, nicht jeder ist Robin. In ein, zwei Stunden erreiche ich New Orleans. Wir fahren einfach. Captiva und ich. Tobi hat seinen Autos, seine diverse Autos, die auf dieser Tour hat immer einen Namen gegeben. Die heißt eben Captiva. Eins seiner Lieblingsautos. Wir können nicht stillstehen. Der erste, der mir begegnet, ist Mike. Ein großer, dicker, schwarzer Mann mit einem Becher Bier in der Hand. Können Sie mir sagen, mein Freund, was das Besondere an New Orleans ist? In New Orleans kann man trinken wie ein Rockstar, futtern wie ein Schwein und feiern wie ein Tier. Man amüsiert sich hier prächtig. Er amüsiert sich prächtig. Er zählt sogar für mich, könnte ja sein, dass ich es wissen will, die Gesamtzahl der Finger, die er an beiden Händen hat. Sechs an der einen Hand, ein halbes Dutzend an der anderen. Das Besondere an New Orleans, höre ich von anderen, ist der Football. Genauer, die New Orleans Saints, das hiesige Team der National Football League. New Orleans mit seiner langen Geschichte von Bordellen und Betrunkenen, von Sklaven und vom Jazz, konnte keinen besseren Namen für eine professionelle Sportmannschaft finden. Heilige. Klar. Für Touristen ist das Besondere an New Orleans das French Quarter, wo sie große Gläser Bier trinken und zu den Klängen mittelmäßiger Jazz- und Bluesmusiker tanzen. Ich bin auf der Bourbon Street, einer der bekanntesten Straßen des französischen Viertels und langweile mich ziemlich schnell. Was für eine Touristenfalle. Ich verlasse die Altstadt des French Quarter, um mich dem weitläufigeren New Orleans zuzuwenden und nach echten Menschen Ausschau zu halten und begegne schon bald Frank. Frank ist in einem schwarzen Viertel von New Orleans mit seinem Fahrrad unterwegs und hält an, als er mich sieht. Er scheint über 70 zu sein und hat fast keine Zähne mehr. Dafür aber ein Lächeln auf den Lippen, das niemals erlischt. Wer ist dieser Mann? 1971, erzählt Frank Mir, ging er nach Deutschland, wo er als Teil seines Militärdienstes vier Jahre verbrachte. Er war, wie man die einfachen Soldaten der amerikanischen Streitkräfte nennt, ein G.I. Sie sprechen Deutsch? Kinderdeutsch, antwortet er auf Deutsch und lacht herzlich. Was haben Sie gemacht, als Sie zurückkamen? LKW-Fahrer. Was können Sie mir über Amerika sagen? Es ist ein großartiges Land, in dem man gut leben kann. Eines der besten der Welt. Es dauert ein paar Minuten, bis Frank sich wohl mit mir fühlt. Dann aber erzählt er mir eine andere Geschichte, die wahre Geschichte. Vor etwa zehn Jahren berichtet Frank Mir jetzt, arbeitete er im Innenausbau und bekam gesagt, dass er im Haus das Bad nicht benutzen darf. Warum? Weil Sie schwarz sind? Ganz recht. Was also haben Sie gemacht? Wie nun, wenn es eine Toilette in der Garage gab, durfte er sie benutzen, aber nicht die im Haus. Man arbeitet für Leute und wenn man die Leute fragt, ob sie ein ihr Bad benutzen lassen oder nicht, können sie einen feuern, weil man die Leute tatsächlich gefragt hat, ob man das Bad benutzen kann. Passiert das heute immer noch? Frank zufolge ja. Frank mag Präsident Obama nicht. Für mich hat er nichts getan. Unter Obama, erzählt er, wurden seine Lebensmittelmarken gestrichen, sodass sein einziges Einkommen heutzutage das ist, was er an Sozialhilfe bekommt. Insgesamt 762 Dollar im Monat. Ich versuche zu überschlagen, wie er von einer so geringen Summe lebt. Wie hoch ist Ihre Miete? Ich bin obdachlos. Wo leben Sie? Auf der Straße. Wo duschen Sie? In der Mission. Eine Kirche. Ja. Und wo gehen Sie auf die Toilette? Burger King. Aber krankenversichert ist er jetzt. Frank hat vier Töchter und 14 Enkelkinder, bittet aber seine Kinder nicht um Hilfe. Er möchte ihnen kein Bissen aus dem Mund nehmen, erklärt er. Seine Töchter sollen nicht wissen, dass er obdachlos ist. Und um sicher zu gehen, dass sie es nicht herausfinden, hält er keinen Kontakt mit ihnen. Von Zeit zu Zeit aber radelt er um ihre Häuser, nur um einen Blick auf seine Enkelkinder zu erhaschen. Es fällt nicht leicht, Frank zuzuhören. Ein Mann ohne Zähne mit einem breiten Lächeln. Ja, Oskar, ich habe gute Leute gefunden, genau hier im Süden. Ich werde eine Weile im Süden bleiben. Ich möchte mehr gute Leute kennenlernen. Dankeschön. Ich wollte gerade fragen, ob Toph ja nicht um mehr erzählen kann. Okay. Wo hast du dich? Du wattest du in Kassai und hast du... Ich warte weg. Abstärs. Ich bin Kassi. First of all... Ja, ich bin gut. Und ich bin zurück. Okay. Danke. Oh, nein, ich habe ihn da. Ashtai, ich habe alles. Danke, meine Damen und Herren. Ich spreche Englisch. Ich meine, ich kann nicht Deutsch sprechen, aber mein Deutsch ist laced mit Yiddisch. Und es ist nicht etwas, was Sie verstehen. Wir können es versuchen. Aber es ist ein bisschen Yiddisch. Wie geht es? Ich kann es nicht machen. So, ich werde Englisch. Und ich bin sicher, dass alle von Ihnen verstehen Englisch. Diejenigen, die Sie nicht verstehen, Englisch, und ich sage, was der fuck ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist so strange. Ist das wirklich? Das ist das, die Geschichte? Und dann sage ich mir, ja, das ist das gleiche Land, that in one week from now, there will be election for a president between two contenders. One, who likes to grow up women, and the other one, the wife of a man, who protects a man, who likes to rape women. So, basically, that's what we have. That's what we have in America today. So, it's a sad story. because when I started writing the book, when I was asked to write this book by Sorkov, after the other two books, Alain Unterdeutschen and Alain Unterdeutschen, my editor asked me to write a book about America 2. And it was not my idea, but I said, okay, let me do it. And, I mean, he paid me well, which was good. In the beginning, I said, no, he said, I asked for more money, and he said, okay, and then I did it. Anyway, so, I live in America since 1981. He was born in Israel. And, I've always thought about America as one of the best places. in the world. I live in America, in Manhattan, in New York City, out of it. And, I always thought that America is the freest country in the world, the most wonderful country in the world. And, but I didn't know much about the other 49 states. So, I started the journey, and I did it with my wife, Izzy, which stands all the way to the camera over there. And, we went for about seven months around the United States. The United States that I found was very different than my prejudice about the United States. It was a totally different country. It was a country that, to this day, I can't believe I found it. And, to make sure, sometimes, when I go into a country, when I do anything journalistic-wise, I try the best to record it, and to record everything. Here, for example, there is Florian, and Danny, they went together with us when we went to the next book about the refugees, and I always like to go with people to record everything and to video everything to make sure that it was not a dream. The same thing about this book. This book is, everything in it is recorded, which means nothing in it is imagined. And, many of the things in it, when I look back, I myself cannot believe. I'll give you an example. From chapter 6, which we read now about Chicago, before that, in the same chapter, there's another story. And, he mentioned it, Frank, when he read it, the name Ram Emanuel. You know who Ram Emanuel is? Ram Emanuel is the mayor of Chicago. Ram Emanuel was also the head of the, of the, of the White House office When he was there, he and, and David Axelrod, there are two people, two Jews, two American Jews, who actually put Obama into the presidency. They are the ones who campaigned for him. They are the ones who underlies campaign. And, so I went one time when I was in Chicago, I wanted to interview Ram Emanuel. We lived in a hotel, not far from it, in the Allegro Hotel, and CTO was like five minutes away. We go to CTO, and I meet there, the press person in charge of Ram Emanuel's office. And we talk a little bit. And I tell him, I like for the site, very important, you want paper, et cetera, et cetera, et cetera. And we talk about this, and about that, and the name of the guy is Andy. And then he said, yes, we'd like tomorrow morning, almost guaranteed, you have an interview with Ram Emanuel. Okay. But he said to me, just do me one little favor, shoot me an email, because we have to make it formal. I said, okay. He gave me his business card, from the city of Chicago, and we shake hands. I go back to my hotel room, and I shoot Andy an email. The email comes back. I shoot it again, I write it again, and again it comes back. It says, from the city of Chicago, that this email doesn't exist. Next day, it was already evening, next day, I go back to CTO, and I'm trying to find out what it is. I go to Ram Emanuel's office, and there is a guard standing there. Normally in the offices of mayors, you have a young lady standing in the reception, not so in Chicago. In Chicago, we have a policeman, with a guard standing in the reception. And he says, what are you going to do? And I said, I want to interview the mayor, Ram Emanuel. He said, do you have an appointment? I said, I talked about it with Andy. And he said, what did Andy say? And he said, it's okay, I just showed him an email. And, I did, and did you get the exact time when you should have that appointment? And I said, no. I sent him an email, but the email came back. So he said to me, which email address he used? So I took out the business card, from the city of Chicago, and I showed it to him. He takes the business card, and looks at it, and he says, fake email. This email doesn't exist, sir. Do you know what I mean this? Andy, the press aide of the mayor of Chicago, gave it to me. You tell me it doesn't exist? He said, yes. He gave you a fake email address. He gave you a city of Chicago fake card. That's it. I'm just like, I can't believe it. I go downstairs, in-city, I meet another person that I know is from the office upstairs, and I say, sir, look what, what is this? The guy, the guy with the gun, tells me that I got from the mayor's office a fake business card. He looks at it and he says, yes, it is fake. I said, excuse me, is this the way you treat reporters here? I said, well, look, look, you see, next to the elevator, there is Andy. He just saw you and he's running away. He's trying to go into the elevator. Run after him and tell him and face him. So I run after you, I run after Andy and then he looks at him. Andy, why did you give me a fake card? He looks at me and he says, you will never meet the mayor. And I'm just like, what the fuck is this? Is this normal politics in America? I mean, is this normal? This is Rabi Manuel. This is the city of Chicago. But that's the way it runs. And that's what's the most interesting thing about America. We think that America, especially nowadays in time, when everything is open, we have internet, we have Google, we have Shmoggle, we have Bing and Schming, and we think we have so much free media and we know everything. Guess what? We know practically nothing. And part of it is our fault. Journalist. I'm not the first journalist, I'm sure, who got a fake card from the city of Chicago, from Ryan Manuel. Nobody writes about it. Because every journalist is afraid. And that's what happens almost in every regard to everything in life. you got here one example you have today about the hood. Hood is short for neighborhood. It's basically a black ghetto. You know how many woods like this exist in the United States? In every state, in every country, almost in every city. and the places there, the ways they look like, you cannot believe it. You will not see it in movies. I have been to places, I have been to refugee camps in the Middle East, that when I left them, I burst out crying because of the suffering I saw of those people. But in comparison to the hoods of the United States of America, those refugee camps are paradise. And that's what you see over and over. You have to see it to believe it. And the more frightening things, that in many of those places, when I walked there, like one time, like in Philly, in Philadelphia, in a place called Germantown. I went looking for Germans. I didn't find one German in Germantown. They're all blacks. It's a hood. And when I just start walking in the hood, the guys approach me and say, hey man, what you doing? They say, excuse me, what's your problem? And they tell me, well, you're a white man. I say, so? We have never seen white men before. Never ever. The biggest talkers in America about how much they help all those NGOs, all those senators and congress people who tell you how much they spend on those hoods, try to help them, are lying. In the hood, they've never seen a white man. Hood after hood after hood. People live in the gutter and nobody cares. You see today in the news, for example, when a policeman, a white policeman or black policeman or whatever, a cop, shoots somebody, usually black or Spanish, and all America is like shaking and black lives matter come to demonstrate and all these things happening. And nobody tells you that in the same very moment, in that same neighborhood, in that same hood, on that very same day, at least 10 people lost their lives by guns of under 10 people. and this is frightening. In Anglid, in Chicago, by the end of this year, the police estimates, when I asked them, that at least 1,000 people will be dead just by shooting. This does not include all the injuries, all the attempts, all the shooting, which will be quite a few thousands. And nobody in America cares. Not the Republicans, not the Democrats, not the conservatives, not the liberals. When blacks shoot blacks, nobody cares. Nobody. It's not only blacks. You go to reservations, Indian reservations, what you see there is also frightening. There you have money, some reservation, if you are an Indian, you get $62,000 a year, but walk into those reservations, which is supposed to be, where you're supposed to see Native American spirituality. What do you see there? Well, white people usually don't go there. Non-Indians usually don't go there. but my captiva goes there. And what do you see? You see people sit on benches with their head like this. Frightened. You think you went to just a mental institution. Nobody cares. and that's one of the things that's really, really frightening. Frightening to see in America. And the politics is very, very corrupt. I see it over and over and over. Interviews that they make with people. And the people themselves. I find so much racism in America. The same country that celebrates diversity. That says what the beautiful thing people have to say about each other. But it's all a lie. When people tell you, when a white man, for example, tells you, white two men, how great it is. So much diversity here. And there are black people all over. I'm so happy to see it. And I say, can you please give me the name of your black friends? Nobody gets the name of the black friends. And one day it was like so much on my nerves. It was in Tulsa. And they were sitting like with a nice, white, rich couple. And then I said to them, in America, basically, for almost all the time I tell people I am German. And you just have to understand it that you are beloved by the rest of the world. You might fight each other, whatever it is, but when you go anywhere and you say you are German, people immediately like you. They think you are a nice guy. Or a nice girl or whatever it is. Anyway, so, I tell her, I tell this couple, you know what? I am German. And in my place, in Germany, there are no black people. everybody is blind, taller than me, skinnier than me, and I am very happy that there are no blacks. And they are like, really? Really? Wow! It's like, they tell you things that means nothing. But after you tell, you encourage them that they can tell the truth, it turns out it's all bullshit. And this I say, not in a, like, like I like to point a finger, hey, 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 you. I say it with sadness. It's a saddening thing to see that one superpower, the two we have, another in time, that influences so much in the world, certainly Europe, with all its great ideas of human rights, equality for all, and all those things that we are all the same, does not actually practice it. it's all a lie. And if you dare to try, if you dare to find, you'll find it. I'll give you one more example. I've been to, to Hawaii. Some of you are out of Hawaii. It's a great place, a great place to, to travel, a great place to have a, whatever it is, a wedding, a bar mitzvah, whatever it is you are celebrating, I don't know what. And you go to Hawaii, and it's democratic, from A to Z, every office hall manager is a democrat, it's totally liberal. It's so liberal, you cannot smoke anywhere. Actually, it's very interesting, but no smoking has to do with liberalism. I don't know why, but it's a reality. Actually, it's like this. If you go on the beach, where is like in Nolulu, you go on the beach, you cannot smoke on the beach. You go on the sidewalk next to the beach, you cannot smoke on the beach. On the other side, there are hotels, for example. You can't smoke in your hotel. And there are signs where you can't really smoke. where is it legal in Nolulu to smoke. So I measure the distances where I'm allowed to smoke, and I find out that I'm allowed to smoke in the middle of the street, between two lanes, going this way and that way. Right there in the middle, I can smoke. Well, it's guaranteed that I'll be dead by, you know, car accidents. That's where you can smoke. Anyway, so we see all these beautiful things, and then one day, a guy for my Y says to me, do you really want to know Y? I said, yes. Do you want to know the real Y? I said, of course. So he said, follow me? And we go together, and we see the real Y. We drive a little bit, not far, and you see the streets. Goes over and over, thank you, Izzy. Goes over and over. Tens, all over, hundreds of people. From babies. Little babies, this size. Born there. To older people, grandpas, all homeless. All of them. Live in the gutter. I go there, and I talk to the people. And I asked one of them, what's going on here? He said, look, all the people here, you want to see one white man. One white face. And he was right. So I asked the man, are you happy? that President Obama is in the White House. He says, yes, of course I am happy. That the non-white man is in the White House. It's time. I said, okay. We continue to talk. And then the man says to me, listen, I was dishonest with you. He said, what are you talking about? He said, you asked me a question and I answered you. And the answer was not true. I said, what are you talking about? Because we have been talking for some time. He says, you asked me about President Obama. And what I answered you is not true. and then he says to me, I look at you. You came here. Meaning you, white man. You came here. You touched me. You honored me. and you looked in my eyes. Imagine, this man has never been in a situation where a white man looked him in his eyes and touched him. And he says, you honored me and I cannot lie to you anymore. And he says, okay, so what do you think of President Obama? That motherfucker doesn't fucking care about no fucking black. That's the reality of the streets. And this reality must be put to shame and must be stopped. This is some of the findings in the book. There are many other findings. And they are all in the book called The Lion of Tremere Canon. And now I spoke enough and now I'll let you to speak and I'll do for this part of the evening which is called Q&A Questions and Answers. If you have any question raise your hands. Yes, amen. There is no place in New York where you can smoke in a place like this. So I'm going to celebrate a moment. I'm going to light up. If you want to have a microphone then come here we are the only microphone. It's fine. We've been recently speaking about the events of, I forgot the name, you know, about the, what? Stand before. That was a demonstration like one week ago or something in America and massive police forces trying to push them back. They tried to defend some men or something over a pipeline or something. I don't know, have you heard about it? Anyway. That's the, yeah, that's the pipeline since from time to time it rises like this, yeah. Okay. The recent event, you've heard about it or not? No, this recent event, no. Well, it just came up in the news. Yeah, talking about the Native Americans? Yeah, also like Native Americans, but I was also wondering because like, I've seen the protests in the video about protests and police brutality. I mean, that part I saw about the Native Americans who are trying not to have the pipeline gone through their only or whatever mountains. Yeah, this is what I said. I heard that actually it's not really true and also there was like a Palestinian flag and Palestinian supporters and like I've experienced it with Hollywood. I mean, you know, the word Hollywood. Wait a second, what does Palestinians have to do with the pipeline? Yeah, that's my question. Exactly. Okay. I guess the Americans learn a lot from the Germans, right? From the Europeans. Every place I'm like, Palestine. Yeah, this is something that I noticed which is one of the interesting things that they found in America. Here in Europe, the climate change is a given. Almost everybody believes that there is a climate change. Meaning that the climate is changing tremendously nowadays in time due to emission etc, etc. When I asked Americans about it, in America it's not like that. In America there's a part of people who believe in climate change and a part of people who don't believe in climate change. It's not undecided in America. There are two groups. But what was interesting that when I asked people a series of questions practically unrelated one of the two questions were do you believe in climate change yes or no? And the other question was are you pro-Israel or pro-Palestine? And these two questions have nothing to do in common. But in 95% of the cases and that was very, very interesting those who believe in climate change are pro-Palestine and those who don't believe in climate change are pro-Israel. The more interesting thing when they say to me they were pro-Palestine and they talk about free Palestine and they say do you know where Palestine is? That's no. It's like we have to free it but we don't know where it is. Come on. Yeah. Continue. Actually my question was just going to let you get anything to say about that. As you said already you don't haven't heard about it so I mean only from what I read in the papers you know but I've not seen it with my own eyes if you refer to the same thing that has to do with something with some activists who are claiming to be Native Americans and claiming to be that part of the routes where the pipeline goes is supposed to be all the mountains I mean if that's correct I mean you see videos of this yeah if that's correct it's very very interesting because it's big bullshit because I interviewed many tribal ships many Indian tribal ships from different tribes almost none of them know more than three words in their Indian language what you talk about Indian culture today is just business has nothing to do with anything you go to those places you go to a college an Indian college you have to go inside and see what's going on announcement if you raped you have to have clearance from the FBI and the college is called something like Dal Knife College it's like knife college would you like to have a PhD from knife college you know and then you went to a class to an advanced class I think it was in Indian languages and what does he study in their native supposedly their you know their particular Indian tribe and there they are supposed to translate into Indian title song by Elvis Presley that's a culture Elvis Presley it's like this people talk about Indian culture it exists in the bookstore not in reality sadly next question yes first you and then you okay I just finished reading your book yesterday I think it was quite shocking some some of the descriptions I've never been to the United States but I got curious and by Google speak to you I went to 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 Chicago to those areas neighborhoods quite quite interesting but I mean shocking what you what you described in Chicago and Hawaii and in other places and you you just said when you finished this description now you have to stop this I was wondering if you see any possibility to stop this or what should change if there is a real chance for change I think the chance for change or the chance for change cannot happen unless you admit a reality it's like any disease of the body if you have something that shows to some disease if you are coughing for example I have to know what it is is it cold is it your lungs is it something else so first of all you need a diagnosis and my job as a journalist is to give you the facts and from there on hopefully at some point some people will take action in the book Alain Antonyudin for example some people took action in Israel and it created a change but without my involvement my job is to put facts and it's not easy to put facts you are usually being attacked by a lot of people I mean you just finished reading Alain Antonyudin I will encourage you to read the review of it that came out yesterday in Der Spiegel it's a full page in Der Spiegel and it reviews my work not only Alain Antonyudin but it also mentions Alain Antonyudin and Alain Antonyudin and in there the reporter says this is Der Spiegel this is God-given from Mount Sinai and in Der Spiegel the reporter says that I am I don't care about anything else except Israel Jews and food it says that yeah you should write a note to Der Spiegel and then it says that I am not a journalist not a reporter not an author I am a blogger and actually a lousy blogger I think I'm funny but I am not I have no intelligence very little intelligence and I eat a lot so it's basically a full page review I just summed it up for you a full page review in Der Spiegel it's almost nothing about a book it's only about me so it's not easy to come up with books like this it's not easy to come up with it but there are more people than Der Spiegel and there are more people than that and by the end of the day our job as journalists is to tell the facts and to go there it's not really happening much in journalism and people usually repeat what other sources say I remember one time there was like in Israel it was in Jerusalem I read in the Deutsche Wellen at the BBC I read about a press conference that happened in Jerusalem and I actually attended that press conference it was in Silouan in the east of Jerusalem and I was the only journalist there but then I read articles about what happened there nothing of what had happened there all bullshit somebody sent a press release somebody copied that press release and then everybody else copied from everybody else so my job is to tell it the way it is I think it's the job of every journalist I'm sadden not to see it happening but that's what it is and you go to the woods and they tell you you've never seen white people it's an example of what you know and you go there you don't see any journalist you don't see any NGO optimist so the only thing I can say my job is to show what it is and then let other people take it from there and hopefully some will any way if I don't understand I'm like a politician and that's another question was passiert denn in Amerika wenn man Indianer sagt und nicht Native American und zweite Frage Sie haben jetzt drei Bücher geschrieben über Israel Deutschland und Amerika sagen Sie jetzt immer noch dass Amerika Ihr Lieblingsland ist sagen Sie jetzt immer noch nach dem Buch allein mit Amerikanern dass Amerika Ihr Lieblingsland ist okay so no Amerika ist no more my loving land my beloved and I'm sorry that it's no longer it's I broke it broke for me it broke my heart and it breaks my heart that it's not what I imagine it to be it's not it's simply not I have to live with reality and that's what it is and your first question again say it in German Indiana this is Native Americans and Indians in English America I don't know about British America but in English America they are interchangeable it's like you would say blacks or African Americans whatever it's all interchangeable it means the same thing at some point you know there was something it was called politically correct that you are not allowed to say different things for example at some point you could not say black you had to say African Americans and then there were many other blacks who didn't like to be called African Americans like the Caribbean the Caribbean blacks just like I met an African American the African Americans they would say don't work for a living they just get money from the government but I work for a living so now the politically correct says is to say blacks and then it changes all the time and so but normally Indians and Native Americans is interchangeable but again it depends on the time what is politically correct for example I am a fat man in American English you cannot say fat man there's no fat people we are all skinny kind of for example in English American in American English I am otherwise skinny otherwise skinny okay homeless people are called otherwise resourced you understand what it is I don't but this is what it is and you're going to talk like this because if you don't talk like this somebody's going to put a big Facebook against you you know next question yeah yes yes it was 1999 when I've been to America and I've visited my uncle and I wanted to ask if it's mainstream opinion or not or it's just him because he talked about can you stand up a second yeah he talked about maybe I should explain he migrated to America in the 50s yeah from Germany yeah and his opinion was he explained to us that the Native Americans are like good people yeah who didn't deserve what happened to them and the blacks are lazy and I don't know I didn't understand it back then because I was a child it's common to think so by some whites but this is simply not really the case and I said to you what I found in one reservation after another and in one Indian state whatever they call they have all kinds of names a bit like in Oklahoma and nation Indian nation what I found is is that in the Indian world it's arable some people sell their daughters or their sisters I didn't mean for sex so they are not better or worse it's just it's a question of whatever nobody cares and we allow them and we don't put education there we don't put anything we don't put any American resources into that because we are racist that's what it is and how the blacks lazy I mean it's like put it this way some are lazy I didn't mean but by the end of the day let me just finish just for the other people who might get other kind of thinking if you grow up in the wood that's life there is nothing else for you you don't have any other chances I went to Onewood for example it was in Detroit and I walk in I didn't even know where I was in the beginning and I walk in and I find a guy a young man Jake and I start talking to him and I say to him where am I and he says to me you are in the red zone I say what is the red zone and he explains to me the red zone is the last zone meaning for me death and I say so what are you doing here guys and he says to me here blacks killing blacks I say why he says because we are Negro brothers like this this is kind of logic that is foreign to me but for that guy Jake that's life it doesn't know any better so call these people lazy just because they never got a chance because they never received education because nobody fucking cared about them I wouldn't say that my question was if it's a mainstream opinion about Americans some whites most whites I would say think like that it's not based on reality yeah talk to me so you said you were very shocked I mean I was very what? you were very shocked that some of you shocked me shocked yeah and I get that in the sense of like when you have actual like contact immediate contact with people but in a general scale like how surprised were you really like what did you expect before because not everything you write there is such a big revelation to be honest like what did you expect before look everything I write and everything anybody writes we take of course yes I hear the bad hood for me living in New York the hood was nice buildings brownstones all blacks at least in the old days that was the hood the hood was not a place that you kill each other constantly every day you just walk on the street and kill all the way people explain to me that in the summer in August we kill more and I say why because it's hotter these kind of things I hear the bad hoods but these are the woods some people have ideas about America that will coincide with what I thought about America they think America is racist America is XYZ but for those people for most of them not all of them they don't base it on facts and that's the difference there are many people who will tell you different opinions about America but for me was it shocking or boy again actually it was shocking I did not expect it I did not expect these places to be the way they are I did not expect black culture to be what I see I did not expect places where you have signs march against rape because in that neighborhood they keep on raping each other I didn't expect it to be no for me it was a nightmare I didn't expect that working in America in 2016 2015-2016 I would feel more danger as a human being of being killed than feel that danger in a Palestinian refugee camp in Jordan that if anybody knew I'm Jewish I would be dead on the spot I didn't expect to feel more danger in America no I didn't anybody who comes and says this is comment or maybe you are a prophet not for me and if 25 years in America this is not America I know this is not America I know for me it was shocking I always believed in the spirituality of the Indians like many New Yorkers I went to Barnes & Noble bookstores and I have quite a few books about Indian spirituality and I thought they are spiritual people more than the rest of us I found out that this is a huge myth I didn't expect the Jews of America to be self-hating to the nth degree meeting in synagogues across the USA and in speeches inside synagogues you hear the Jews are racist that Israel is an apartheid state that Judaism should be erased inside synagogues no I did not expect I did not expect to find such self-hating people who are my people Jews who want so much to be beloved by America that they are willing to put their brethren in a graveyard I did not expect it my dear no I did not expect it that if I find an American couple from American people and I ask them a simple question it's election year and I ask them whom did you vote for president last time and almost all of them would not answer me and some would be very pissed off at me for asking the question yelling at me how dare you ask me this private question say excuse me you don't have to answer but don't get pissed off at me I didn't expect it this is not the America I know next question that's a good question my God yeah what do you think about Obama like personally I never met him I never met him I mean I saw him he passed by me just before he became president he was in the IOT that's the only time I saw him in person I mean close to me I've seen him in person in press conferences and stuff like that but I never met him face to face a man is judged by what he did by what he does and for my money the almost 8 years of President Obama do not differ much from the 8 years of President Bush like Bush under Obama America got involved in the Arab world mostly in a way that's very pretty bad together Bush and Obama created a mess with the help of some Europeans of course created a mess the two we have in the Middle East and across the Arab world we are responsible for what happens in Iraq in Iran in Libya in Egypt and in Syria we fucking created that mess we got involved because we thought that we are the white Western Europeans and in the name of human rights in the name of democracy and in the name of we are all equal in the name of let's celebrate our differences and in the name of let's respect each other we dropped we dropped huge bonds all over the Middle East we killed hundreds of millions hundreds of thousands of people for no reason just because we are fucking supremacists there is no much difference between what Obama did and George Bush I don't see a difference they look different they talk different but that's it next question when you portray or describe the poverty of the suburbs of Chicago do you think that Obama could have done a better job that he stayed that even a president is capable of doing something against this can he do something against it well two things if he cannot then why is he still sending emails to people about the miracles he has done in Chicago he's just a liar he went to office for the sake of helping those people according to what he said and if he did not help them and if he just simply cannot then he should have dropped out of the office he shouldn't have arrived for the second time or at least he should have admitted to abuse the misfortune of another for a personal gain for me is the height of hypocrisy and the height of inhumanity that's for me you can't then just don't do it just don't say it you live the high life they aren't the ones who sent you but you live in high park you live in a beautiful house gorgeous cost a few millions at least admit he doesn't he's just used the misfortune to rise up in the political ladder for me that's cruelty for me in my book next question come on yeah could any president be powerful enough to change or end racism and poverty or not in the might of the president there's no magic formulas but I think you can talk about it in ways that make sense I think for example if I were president I would say to the people who talk against police brutality there is police brutality correct and we have to fix it at the same time we in the same as I said before in that same neighborhood other people were killed by other people why don't we rise against that can a president order the police whatever it is security people change policy and actually go into these neighborhoods and enforce law and order and stop the killing yes we don't do it America spends 600 billion million 600 billion a year on security on armed forces which we really don't need our only enemy now is Cuba I mean the country facing us and Canada that's our neighbors why do we need 600 billion dollars spent every year and no why don't we spend it on education why don't we spend it on more teachers why don't we spend it on more security in our backyard why don't we talk about it instead of talking about Saddam Hussein or Muammar Gaddafi we invest in America more about the Israeli Palestinian issue than we invest about the black white issue makes no fucking sense yeah he's gonna ask all the questions if you don't rise he's gonna ask all the questions that guy over there and you will have to listen to him babies now you said we 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 but my question was could one single president if he is the best president and read books could he yes you understand yes okay you're in Germany right there was one man here who changed Europe and the world one man our beloved Adolf Hitler can one change oh fuck yeah isn't that populistic like doesn't totally know how the fucking complex facts how our world runs what is the question can you repeat like Adolf Hitler didn't change Europe it wasn't just Hitler who did this as well as just that Obama has the power of changing racism in the US it can change in my understanding as I see it leaders can they can direct money channel money to do different things it can veto the 600 I didn't see it I didn't see any sign of it I personally in almost eight years did not see any sign of it he invested a lot in climate change he has invested in Obamacare he has not invested in his own people okay no 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 you don't understand Obamacare homeless people people who make less than $10,000 a year were on Medicaid before Obamacare has nothing to Obamacare so you got nothing there is a group of people above the very poor and the low middle class who got a possibility of you know a few millions of them admittable that's not homeless that's not the real poor because they had Medicaid before it's just the low middle class but what happened is a result the ones above them cannot afford anything anymore because their premiums their insurance rose God knows how many fold and millions of people got into that because of Obamacare you know what he should have done like you have in Germany universal care that he didn't do I'm sorry I'm sorry when Obama got into power there was no opposition both houses of congress were democratic and instead of putting in front of them for a table when he was at that time God when Obama got elected as president he was God he could pull off anything he wanted you know what he did he waited a year and a half by asking congress to submit to him a resolution about you know a law about the else insurance he can put anything down there when he had both houses of congress senate and congress were both democratic he didn't do nothing just history basic history yes I have a question regarding your foreign policy stance sounded a bit like I mean your stance was kind of an isolationist stance which is more or less what Trump's foreign policy would look like so my question is if you just look at the foreign policy would you support Hillary Clinton or Donald Trump for my money I think both of them are the same both of them are not deserving of an office but for my money if I were God I would have elected Trump for one reason America here not here there in America we in America live in a world that's not truthful we lie all the time we never say what we really think what we really believe we are politically correct to the nth degree which is already sickening let's have Donald Trump let's face him at least for four years see his own racism and realize this is our mirror he is us that will be a good shocking therapy for Americans so psychologically speaking psychologically speaking foreign policy Donald Trump I don't know if he has foreign policy but from those things that you he changes his foreign policy every day but if you just use those few times when he talked about that foreign policy do I am I for isolationist now yes we've killed too many people we should not invade any country we should not invade any country your argument doesn't I mean the same with the same argument that you bring regards to the roots how you call them that you say there you should intervene because they just kill each other you should stop that the same argument why doesn't that work overseas why can't you say okay people in Syria are killing each other I'm sorry I get that Americans are sick and tired of that and I understand that there are important problems at home and there is no money for that because I get the argument but still I think that your argument doesn't really work because you contradicting yourself you said you understand the argument this is not my argument my argument is everything American got involved in the Arab world was wrong this is my answer just a second let me answer let me answer you I'm not running for office so if I'm wrong I can be wrong it doesn't matter you know you don't America got involved in the Middle East from in the bush and in Afghanistan and all those places we have created much bigger damage than good we have created this mess that we are facing up to now we have killed hundreds of thousands of people so Saddam Hussein killed 5,000 people here 10,000 people there how many have killed in Iraq hundreds of thousands let me answer you are we better in my opinion no are we better that we deposed Muammar Gaddafi in my opinion no I understand that you see it differently and you are totally entitled to your opinion there is freedom in Germany to say whatever you want but except for Bidam and whatever his name is but this is my opinion yeah I think that America will do better if we and Europe will do better if we started attending to our problems instead of attending to others problems that's my thinking yes yeah why do you think we have the freedom of saying everything we want like does that have anything to do with the American like maybe I don't know raising the Germans to something better than they were before or is it make difference to criticize America and Germany and in the US like when you said there's something like anti-Americanism in Germany which you're fooling with your argument I'm sorry you know sometimes those people are right there is truth everywhere nothing is black and white I know people like to say everything is black and white the right is always wrong the left is always right no we are all human beings sometimes the left is wrong and sometimes the right is right the left is like wrong in a lot of cases but you know what I'm saying of course nothing is black and white nothing is black and white nothing is black and white I don't think so yeah just ask me who did you vote for in the last election who did you vote for in the last election I personally why should I vote for I'm not a politician in the last 35 years out for each of them 28 years I'm an American citizen I have not voted not once I'm entitled to vote but I never voted and the reason is you might sound ridiculous to you but to me it's important because I write about these issues and the human tendency is to be subjective and to defend our prejudices I try to work on myself to be objective and not be invested in any party and in any candidate to teach myself objectivity I divorce myself from the political process for my personal involvement in the political process I have not voted even once in an American election any more questions again you you said it basically doesn't matter what you say what a couple of sentences before you said it doesn't matter I'm only a journalist I don't have to take the decisions at the end of the day so basically my opinion doesn't count on other occasions you said it's about facts you want to show the facts and there's also a little okay there's two things first of all there's what I write in the books or I write in the articles this I approach as a journalist and I have to approach it with a distance if you ask me as a human being and that's some of the questions where I hear has nothing to do with my writing what I prefer of course I have an opinion of course I have preference to A or to B or to Z I'm just answering your question but do I write in that fashion no you got it you got a difference yeah sort of second part of my first question oh god but first because you said this about this possible cure of four years Trump in the United States I mean without establishing parallels but it hadn't worked in Germany so far so I don't know if it could work in did you have a Trump here no but we had worse okay and 12 years didn't work as a cure okay no I was just I think it might work in America I might be wrong and if I'm wrong so whatever I was just wondering because because again because you take a lot of things that are getting on in the United States and then you accuse Obama not having done anything I was wondering if it's not like biting into an onion and you know and complaining that it doesn't taste like an apple because it's something this onion works inside the system and it can't be something else than an onion because the system will only allow this so my my question is if this work what you attack are not only symptoms of the same thing which is much deeper and which can't be changed by a president or else he wouldn't would never have been elected as a president look I hope I might be wrong I hope it is my hope that leaders can change if I'm wrong may it be but I hope and we've seen it we've seen evidence of it towards human history that leaders can change can I prove it to you sometimes leaders did it sometimes leaders didn't do it my hope is that leaders can change and I think that this is one of the solutions and that's why we have an election otherwise we would have no election otherwise why should we vote anybody into office we all think at some point the same way because many of us go and vote many of us almost all of us have an opinion of we would like to see the leader of Germany of America or whatever it is one last question for the day somebody you did not ask before anybody who didn't ask before another question go I hope yeah it was mentioned that the USA was your favorite country but it is not anymore what do mean it was mentioned someone in the audience mentioned it when he was asking and you weren't denying it so I guess that I said you was my favorite country yes I defended America very strongly before I went was like the break even point when it was not anymore the seven months journey into America that was the break even you mentioned that you see the western countries and Russia responsible for the mess in the Middle East so this didn't stop you from I mean this is like we know this longer than seven months that they are making wars look I know about the wars I know about everything this is not what they're talking about these are political situations these are political questions when you ask me about America what I thought about America before what I think about America now yes but when it comes to the involvement of United States or Europe in the Middle East I was against it even before the Iraq war I was against it even then we are talking about many years ago so this of course has nothing to do with my book you know I did not cover the operation in Iraq this is not the question I was answering what is my thinking about America in general about the culture about America as an America I was looking at it very favorably before and less favorably now and I hope that America will change I hope that America will change I hope that it will change its way and be once again what I believed it to be in this I conclude this evening thank you very much for being here thank you Stefan for organizing it thank you other Stefan for reading it and thank you of course ladies and gentlemen for attending this evening